Hallo und herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren zu Let's Play Together Minecraft Adventure Map mit mir und diesem Herrn. Das ist der Trav. Das Dropper zocken wir. Genau, the Dropper, habe ich das noch nicht gesagt? Nein, ich glaube nicht. Uh. Wir sehen hier, das ist der Start. Und da fangen wir einfach mal an. Und wenn wir auf dem Server spielen, nicht vergessen, dass wir die Kommand-Blocken verbunden haben, wenn wir die Kommand-Blocken verbunden haben. Schlag mich mal bitte ein paar Mal. Ja, haben wir Peaceful an. Ja, nur ein paar Mal. Ja, okay. Enable, Kommand-Block, true. Ähm, this map is only order for free, private, non-public, non-permint servers, dort haben wir. Du feier... What the fuck? Reduce, like, Grave, Graphics for Spawn Spawn Spawn. Machen wir hier mal Set Spawn. Moment, ich muss mal hier mit dem Chat, da muss ich nur ein bisschen, ähm, ein bisschen anders machen. Zeigen, Höhe. Machen wir mal auf 50 Pixel, das reicht. Dann ist der nicht mehr... immer so voll. Hä? Safe. Egal, kommst du mal, da können wir anfangen. Oh ja, da kann ich mich dran erinnern. Lerlo, Madness. Dran erinnern. So, jetzt fällt man nach unten. Ja. Wuuuuhuuu. Bööö... Nein! Oh, dat war easy. Und ich hab'n Diamant gefunden. Hahaha! Oh, da ist mal einer gestorben. Optifine hab' ich grad nicht drauf, das ist natürlich ärgerlich. Komm. Oh, ja, ja, das muss ich erstmal nochmal zumachen. Na, du kannst auch direkt reinspringen, ist doch fickig. Ja, ja, ich muss ungefähr wissen. Ah, okay, das wird sowieso nichts. Mh... Oh, da kommt da, da kommt da, da kommt da. Ohhhh. Okay, bleib da stehen, bleib da stehen. Ich bleib... Ja. Hier musst du hinspringen, da wo mein Name ist. Ja. Wir müssen nochmal... Da triffst du sicher das Wasser. Nicht ganz sicher! Hahaha! Ah, das war aber gar nicht schlecht. Bitte. Als erst dreimal verkackt, komm. Ah, ich muss mal den Maus noch ein bisschen... Die ist so fucking direkt eingestellt. Das ist aber gut bei der Map. Oh, er hat das geschafft! Ich seh' gar nichts, so jetzt seh' ich wieder was. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Hab' ich eigentlich die Musik... So. Aber irgendwie hör' ich die nicht. So. Du hast mich mitgeportet. Okay. LoL. Wo bist du? Ja... So ist nicht da. In der Tor. Spawn Find. Wer ist da hinten? Checkpoint. Dann machen wir mal auf. Und was ist hier? Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Soll ich glaub' nicht sein, wa? Geh' mal rein. Da sind Spawn. Da hab' ich... Das ist am Anfang. Nee, komm. Hier ist der Anfang. Ich glaub' das andere ist einfach nur um die Technik anzugucken. Komm. Alter. Vom aufzulecken hier. Komm zu mich. Mama. Ich renn mir ja schon. Super, jetzt steht bei mir hier einmal Fail. Ich grad' das nicht geschafft, auf die Leiter runter zu gehen. Scheiße. Stell' rein. Ja, okay, hier. Hier ist geil. Ich drück' den Schalter. Uuuuh! Ups! Los geht's! Oh! Nein! Die mitbaut sich bei mir nicht auf. Fuck. Ich spring! Juhuu! Oh, Baum. Nein! Okay. Aber der erste Versuch war bei mir gar nicht so schlecht, glaub' ich. Der war bei mir gar nicht so schlecht. Der war bei mir gar nicht so schlecht. Ja, geil. Da hab' ich grad' auch gestorben. Alter, die mitbaut sich bei mir viel zu langsam auf. Fuck! Oh, ist das nicht wahr sein! Das ist ja richtig Brainfuck. Ja, vor allem, du, eine Sekunde vorher spawnt der Baum da. Wow! Na, wär's der Geiste? Du musst ganz am Schluss wieder nach hinten drücken, dass du dein, den Wasserstrahl reinfliegst. Ist der ganz an der Wand dran, oder wie? Okay, dann versteh' ich's. Na, so wird das nichts. Ah, das ist, das ist nicht so. Der, ähm... Das ist Wahnsinn, wenn man erst eine Sekunde vorher sieht, dass fünf Löcke vor einem das Ding spawnt. Ist der war aber bei mir grad' auch so. Ja, geil. Ah, da ist eigentlich eine Gasse, wenn du die triffst, dann... ähm... hast' das eigentlich schon gemacht. Nein, das darf nicht wahr sein! Du musst, ähm, vom... Auf dem dritten Block von rechts müsstest du eigentlich losspringen. Okay. Da baut sich bei mir gar nicht ganz auf. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Was ist da hinten? Das war's, der war ja nicht schlecht. Der muss noch zurückdrücken. Ha! Drohe! Das ist nicht wahr sein. Ah, ne scheiße, Junge! Das darf aufgrund etwas Ende. Da jetzt noch mal. Aaaaaaaah! Zu früh! ja das schaffst du schon noch bei mir hat bei mir hat das irgendwie auch richtig ja mein internet ist nicht so dass schnellste oder kriegst trotzdem ja so schnell mal nein das darf nicht wahr sein ein Block hat gefehlt ein Block hat gefehlt oh alles weiß ich wenigstens ungefähr wohin ja ah nein zu früh dumm 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 und da fällt da fällt da fällt da da hätte es ein bisschen rechts gemusst ja 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 kann das hier nicht einsetzen ja 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 jetzt lauf nach vorne drückt nach vorne nein nicht hochschwimmen du Mungo warum nicht ja du musst doch nicht hoch ach so also wie du bist doch ich siehst du mich denn nicht ja jetzt sehe ich nicht ja 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 es schwimmt da hoch ja es kann ja sein dass man da hoch muss ja natürlich da kommst du doch her du Mungo ja das kann man ja nicht wissen das kann man ja nicht wissen das kann man ja nicht wissen ich habe übrigens Diamant wiedergefunden Level Level 3 Level 3 was ist hier was das ist der Checkpoint Geiler Scheiß also spring sprang sprung oder ich spring wow du hast dein Invental geöffnet das wollte ich eigentlich gar nicht oh fuck hast du eh gedrückt da hat nicht mehr viel gefehlt aber das sieht nice aus nein das darf nicht wahr sein so habe ich gerade auch verkackt ha geschafft eine Sekunde wollte ich gerade sagen die Truhe ist mein wo ist sie denn aber es baut sich grad gar nicht auf ja du musst nach dem sterben immer ein bisschen warten so da springt er springt da springt da springt da ein bisschen nach vorne drücken nach vorne nach vorne du musst quasi immer ein bisschen nach vorne und da springt er wieder nach vorne ein bisschen nach vorne 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 wuuu da unten geht es weiter übrigens wo 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 hier durchs Wasser durch durch das Wasser ach so blöd ich dachte blöd du bist blöd du bist blöd Alter die Failsanzei die finde ich geil gerade na ich komme nicht in die Truhe ja ich spawne jetzt da nochmal Kopf so hier ah jetzt bin ich da Set Spawn kommst du warte warte ach ne komm stell dich rein ähm oh nein ah wohin wohin in das Wasser das neben dem blauen neben dem dunkelblauen oder ich weiß nicht mal gucken scheiße ich muss mal ein bisschen warten bis sich die Welt generiert hat scheiße ich mache es einfach auf Glück hier scheiße da mache ich gerade auch so ein bisschen warten und dann gucken wir mal das war hier ok V V V V V V das war Wolle ich habe es getroffen ja auch verdammt welches ist das um schon neben der Wolle ist so ein bisschen wasser und also als Prozent wo neben der Wolle wenn man jetzt von oben kommt ich bin jetzt im Wasser drin springen einfach auf mich drauf zu wissen es sind wir haben ein Blatt vor Ort aber auch wieder ja okay ich weiß jetzt wo ich habe nichts gesehen ja 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 zurück über zu viel der aber ich sehe auch nichts ich bin gerade auch nur auf Glück ja ich bin auf Glück einfach da reingeflogen ist aber es ist geil gemacht ja ja nein doch 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 gut oh ich habe das kleinere sogar getroffen da wäre noch ein größeres gewesen ich will doch nicht E drücken wo geht es hin in das Haus rein oder und da ist ein Diamant ich habe ihn schon wieder gefunden juhu okay ähm scheiße wo geht es hin wer geht es hin ach da hinten kommst du ja ach da sagst du doch gleich jetzt habe ich mit meinen Punkten wieder ein bisschen aufgeholt Bomber Alter ich habe bis jetzt noch alle Dias gefunden das ist nicht schlecht kommst du ja ja ganz easy Schöporn da lass knagge da rein bitte uah das ist geil nein okay wir springen ja geil ich muss ein bisschen warten ja hab ich gerade auch gemacht uuh fuck okay ich weiß jetzt wo es Wasser ist ja Leute wir haben halt beide nicht so den absolut geilen PC und ich habe auch noch nicht so geil das Internet dass wir hier ein richtig geiles Bild kriegen könnten nein aber ich muss mehr ich muss echt mehr warten ohne Witz ich glaube ich muss hier vorbei oh ja das wird gut fuck das ist nicht einfach okay aber wir könnten auch mal noch eine richtige Adventure Map machen so mit Jump and Run wo direkt auf dem Kreuz und das fände ich auch noch ganz geil aber die Leute können das ja auch in die Kommentare schreiben was sie wollen genau wir machen ja nur das was die Leute sehen oder auch nicht Scheiß doch die Band an oh ja 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 geil um Matiko wo ist die Truhe gibt's auch nicht ich will die Truhe okay ich bin einfach mal kurz rein ich bin schon ganz rechts ausgesprungen so mh mh okay wo ist diese fucking Truhe darf doch nicht wahr sein das ist schon mal bis ganz unten gekommen nein so ich bleibe immer an diesen einzelblöcken da hin mh mh ich guck mal ein bisschen zu gibt's doch nicht was der Mongo hier macht das ist schon mal alter alter ja 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 Vielen Dank.